hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von stronghold crusader part nummer vier und der mission 76 todeswall wir haben im letzten part ja gefühlt nichts erreicht aber werden wir hier nach links schauen ein stückchen weiter ein stückchen weiter sehen wir dass wir eine baronesse besiegt haben also haben wir sie besiegt erzwungen was auch immer und jetzt ist die nächste baronesse dran ja und als nächstes kommt dann wahrscheinlich die baronesse und danach kommt die prinzessin charlene dran was habe ich aber heute vor beziehungsweise in diesem part ich brauche mehr angreifer spricht paar mehr pekinieren eventuell katapulte und ja wenn ich sehr viele katapulte habe wäre es am besten die kleine verteidigungstruppe lasse ich mal hier stehen deswegen wird ich mir neue verteidigungstruppe aufbauen ich würde sagen wir entpausieren mal setzen das ganze fort holen uns witzig davon es werden rekruten benötigt sein in ordnung okay müssen natürlich auch hier jetzt brauche ich noch mal gefühlt das gleiche an ambos schützen also ungefähr 40 und dann noch mal 40 bogenschützen es werden rekruten benötigt sein da kommt schon wir haben fast die maximale größe schon wieder erreicht wir werden jetzt noch paar baumeister ausbilden so viel wie ich nur kann ok das war's ja du mit der truppe würd ich sagen du mit der truppe würd ich sagen die zu zwei die zu drei hier ja 20 20 10 davon sehen davon eventuell ich könnte 10 10 machen also 10 feuerballisten und 10 katapulte oder ich gehe wirklich nur auf feuerballisten das problem ist eben das ding ist hier oben also ich könnte schon 20 feuerballisten brauchen gut ist die hier ignoriert werden sind auf dem weg zu diensten ein erträglich wir machen uns auf die klima kurz hierin eine botschaft zeit diesen niemand aus diesem land zu tilgen ja warum die dort jetzt so lang gehen naja eine botschaft herr fliegt jetzt dritter solange ihr noch die chance dazu habt konstruieren belagerungsgeräte konstruieren belagerungsgeräte eine botschaft herr lasst mich in ruhe mein lord ihr plagt mich sehr das hoffe ich doch gut wollen die meine eisenmine das sieht nicht so danach aus das ist schon mal gut die werde ich mal auf die 1 tun wir haben zwei davon verloren zwei davon davon habe ich noch einiges die sind die bitteschön hier lang gekommen die schwarzen mönche sind bereit mit gott ja nur der herr kennt den weg keine ahnung wie die da jetzt lang gekommen sind oh ich habe mich gerade erschrocken ähm ich habe jetzt noch nicht gespeichert deswegen wird es dann wahrscheinlich so sein dass ich speichern muss wenn man wieder hier vorne bleiben danke ich bin mir sehr unsicher nebel denn da eine heiße Quelle ne das Wasserfall aber hä woher kommt das Wasser unterirdisch äh bestimmt bestimmt gut ich trau mich nicht wegen das Ding hier muss ein erträglicher Verlust bin zur stelle und los ich muss bereit mit denen es nicht zu spaß ja in der sieger eine erträglicher Verlust die waffen kann ist bogen schützen bereit balliste bereit mein bogen ist geschltert zu diensten wie ihr befehlt trotz der gefahr auf dem weg balliste bereit okay da hinten konnte er diesmal auch kein turm hinbauen das ist schon mal gut ob das klug ist ja ich denke schon die waffenkammer ist schon wieder voll zu bärst ist hochgekurbelt ist hochgekurbelt schultert die waffen nieder mit ihnen uch jetzt oder nie wenn wir jetzt den die zweite baronese besiegen könnten wäre es am besten das wird natürlich wieder nichts wir müssen wieder zurück auf dem weg naja wer spießt am meisten auf nieder mit ihnen uns entgeht niemand in ordnung zur stelle eure leundschaft balliste bereit ist hochgekurbelt ist hochgekurbelt der vorlage ach kommt zu diensten fasst euch ein herz brüder und los sind zur stelle schweier schultert die waffen von der pike auf gelernt so aber gern na wer spießt am meisten auf nieder mit ihnen nochmal die häuser hier kaputt machen das und jenes kaputt machen ist voll balliste ihr seid er hier sind der dritte eine dritte aus balliste bereit hi vorwärts pikiniere hier das bitte kaputt machen danke ähm jetzt möchte ich ganz gerne ihr habt nicht genügend gold ich hab nicht genügend gold klar hab ich genügend gold ja ich brauch nur noch mal ein paar pikinieren dass ich den finishen kann gleich sieh sieh ein an ein erträglicher schon mal okay der marsch wird uns gut tun ich würde ganz gerne hier rein gehen und sagen okay kommt los mehr finisher ihn aber das bringt nichts mit fünf mann wo deswegen bringe ich mal noch paar mehr verlisten können hier hin ja das läuft ich ja schon da gibt es natürlich dort lang dann können sie dort lang gehen nein erst hierhin die logik wenn die schon hier sind wollen sie natürlich außen rumlaufen die logik dahinter ich will das erst das klappt die waffenkammer ist voll schön wir werden überfallen schultert die waffen der marsch wird uns gut tun ja gut paar bogenschützen bräuchte ich gleich mal 40 davon und noch mal davon ein paar ich bin zur stelle ein weiter weg in ordnung so geht doch einfach von hier rein aber gern vorwärts auf dem weg uns entgeht niemand von der pika auf gelernt oh mein Gott naja wer spielst am meisten auf wieder mit ihnen aber gern aber jetzt komm jetzt machen wir weiter paar hundert zu weg 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 Balliste bereit Bogenschützen bereit geschultert eine Botschaft Herr mein Meister gratuliert euch zu eurem Triumph danke So, jetzt können wir wieder neue Leute anfordern. Es werden Rekruten benötigt sein. Ah, schön. Schön, schön. Was wünscht ihr? Euer Genade. Es werden Rekruten benötigt sein. Unser Werkzeug ist wirklich auf Verlust. Ziel ist notiert. Zur Stelle. Na, ich bin mir sehr unsicher gerade. Ich soll mal bitte hier hingehen. Ehrlich, hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Ich könnte natürlich noch eine Schenke. Ja, noch eine Schenke. Ich bin mir sehr unsicher. Wir haben nicht genügend Güter. Die Waffenkammer ist voll. Ah, was soll's. Noch eine Schenke. Und noch mal vier Häuser dazu holen. Dass ich noch mal ein paar Truppen holen kann. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Achtung! Ein weiter Weg. Eine Botschaft, Herr. Für euer Vergehen werdet ihr teuer bezahlen. Wie können wir helfen? Auf dem Weg. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Euer Gnaden. Ein guter Rekruten. Da kann ich nochmal 24 holen. Davon. Von den Baumeistern. Das ist gut. Dann kann ich nochmal ein paar Katapulte nochmal bauen. Ja, jetzt muss ich Steine sammeln. Steine sammeln. Weil jetzt hab ich auch schon wieder extremst viel. Die kann ich verkaufen. Theoretisch. Obwohl. Waffen verkaufen. Waffen verkaufen. Dann brauche ich ja gar nicht mehr so viel. Es werden Rekruten benötigt sein. Achtung! Ein erträglicher Verlust. Was soll konstruiert werden? Ziel ist notiert. Eine Botschaft, Herr. So, jetzt muss ich aber Katapulte bauen. Und dass wir den Turm hier kaputt machen können. Theoretisch bräuchte man auch nicht wirklich den Turm kaputt machen. Aber sicher ist sicher. Sag ich mal. Was wünscht ihr? Wir machen uns auf. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz. Wir können das nicht dort platzieren, mal laut. ... Konstruieren Belagerungsgeräte. Daran, 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 daran. Auf dem Weg. Katapult bereit, los. Katapult wird bewegt, wir werden überfallen. Okay, in den Katapulten waren alle besetzt. Katapult bereit, Milo. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Da kann ich nach Hause gehen. Das ist die Nummer 5. Die 4. Die 3. Die 2. Die 1 geht hier hin, die 2, die 3, die 4, die 5 geht mal hier hin. So, einmal den Turm da kaputt machen. Zack, easy. Bis hier habe ich mich von meiner freundlichen Seite gezeigt. Damit ist es nun vorbei. Bin zur Stelle. Waffen geschultert. Katapult bereit, Milo. Eine Botschaft, Herr. Diese Ländereien sind von Alters her rechtmäßig mein. Verlass sie unverzüglich. Ehrlich, dass es deins ist? Wer sagt denn, dass es deins ist? Deins ist... Ja, keine Ahnung. Hast du Hunden vergräbt? Weil ich ignoriere es mal. Jetzt wird aufgemischt. Komplett. So, jetzt zünden wir dich auch noch mehr an. Machen wir dich auch komplett nass, muss ich sagen. Weil es interessiert mich nicht, was du willst oder was du hast. Ich mache dich nass. So, als nächstes den Turm, bitte. So. Dann bitte mal das. Das. Danke. Dann das. Bereit, Milo. Bereit. Eure Landschaft. Ballist schaltet die Waffen. Katapult bereit, Milo. So gut wie erlässt. So. Dann das da kaputt machen. Das da kaputt machen. Das da kaputt machen. Ah, guck mal. Dort hinten stehen ja auch noch mal ein paar Pferde. Ich werde es ja schon irgendwo finden. Katapult bereit, Milo. Ist nicht zu spaß. Katapult wird bewegt. Ei. Balliste bereit, Milo. Zur Stelle. In Ordnung. Irgendwo muss ja der König sein. Die Waffenkammer ist voll, Milo. Ah, ich sag ja. Balliste, hier zuerst, Milo. Händenhaft. Ja. Möge mein Tod mich schnell ereilen und unvergessen bleiben. Katapult wird bewegt. Jetzt ist die große Frage. Wie viel. Dann habe ich nichts. Danke. Du hast ja gefühlt ja gar nichts gemacht. Du hast ja gefühlt ja gar nichts gemacht. So. Jetzt kann ich mir auch noch mal ein paar. Davon mir mal holen. So. Es werden Rekunst. Es werden Waffen sein. Es werden Waffen benötigt. Seier. Achtung. Und los. Ich. Herrlich. Ja. Du bist wirklich fertig. Wohin können die schießen? Oh, warte mal. Ich schieße auch. Warte hier. Meine Leute. Wir sind natürlich nicht so gut. Eine Botschaft, Herr. Jetzt haben sie es aber aufgehört. Sehr schön. Mein Bogen ist euer. Katapult wird bewegt. Katapulte sind auch relativ okay. Mein Herr. Haben natürlich. Nee, die haben es nix. Hintertisch. Naja, egal. Äh. Hier haben sie zwei Katapulte. Na. Mangen. Und zwei. Hier. Ballisten. Ja. Ich muss ehrlich dazu sein. Das Ding. Hat Potenzial. Von der Größe her. Mega. Hier hätte man es ein bisschen kleiner machen können. Auf der Seite. Aber okay. Warum nicht? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht hier. Und hier hin. Das verstehe ich nicht. Aber egal. Ähm. Ja. Bisschen kleiner. Hätte ich es schon gemacht. Ist jetzt dann hier abgeschlossen. Zack. Hier runter zu nochmal gegangen. Eventuell. Bisschen kleiner. Zack. Er weiß. Also man muss es selbst entscheiden. Wie groß man es machen will. Unbedingt. Euer Gnaden. Ich würde davon nochmal ein paar holen wollen. Oh. Dann habe ich noch gesagt. Dass ich davon noch den Rest haben möchte. Und den anderen Rest. Der kaufe ich. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich habe immer genügend Güter. Es werden Rekruten benötigt. Zaya. Eventuell. Feuerballisten. Und. Ein paar Katapulte bräuchte ich. Nahrungsmäßig. Katapult. Ein erträglicher Auferlust. Zaya. Du kannst ja endlich das da. Im Laufschild. Hier runter schicken lassen. So sind dann auch die Feuerballisten. Vervollständigt. Wir benötigen Holz. Uh. Nochmal ein bisschen Holz kaufen. Ich könnte theoretisch hier hinten noch. Hä? Machen. Und nochmal ein paar mehrere. Ochsen jochen. Aber ob das was bringt. Keine Ahnung. Also ohne Mist. Das bringt wahrscheinlich gefühlt gar nichts. Na ja oben. Da oben hätte man noch was machen können. Mist. Da hat so viel Platz hier. Hier könnte man noch was wahrscheinlich hin platzieren. Sag ich mal Apfelbäume oder so. Und dann eine Käserei. Mit so viel. Und ich hab so nichts. Gar nichts. Na ja. Was soll's. Wir haben sie auf jeden Fall geschafft. Es ist ja nur noch die Prinze. Das ist in Chalén. Nur noch offen. Und die soll ja auch machbar sein. Gabe. Ein guter Marsch. Ein guter Marsch. Ein guter Marsch. Er, 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 er. So. Waffen geschultert. Feuerballisten. Komm mal. Bereits eure Lordschaft. Zur Stelle. Achtung. Katapult. Ja. 30 Katapult. Ich würde sie ein bisschen erhöhen. Und wem werden wir überfallen? Eine Botschaft, Herr. Lasst mich in Ruhe, mein Lord. Ihr plagt mich sehr. Oh. Er wird überfallen. Also nicht wir direkt. Also. Ihr, unser Templer wird überfallen. Theoretisch muss er nur das Torhaus hier glatt machen. Nichts anderes. Und dann hoch marschieren. Aber der ist schon. Durch. Und oh. Ich könnte ihnen mithelfen, aber ich lasse es mal. Und der Prinzessin Chalet. Obwohl. Der Templer rasiert. Der Templer rasiert. Nicht. Ich wollte schon gerade sagen. Der Templer rasiert doch nicht. Da sind die Pigni doch etwas besser aufgehoben. In dem Moment. Euer Gnaden. Da macht mich das doch zu schaffen. Mach ich doch mehr Feuerballisten. Ihr könnt das nicht doch. Ihr könnt das nicht doch. Ihr könnt das nicht doch. Ich werde ja noch ein paar Feuerballisten machen. Und ein paar. Ihr könnt das nicht doch. Konstruieren, Belagerungsgeräte. Konstruieren, Belagerungsgeräte. Balliste. Bereit, Milor. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumarkt. Was soll uns? Balliste. Bereit, Milor. Katapult. Bereit, Milor. Okay. Ich könnte theoretisch noch mehr machen. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Wenn wir natürlich die Sachen verkaufen dann. Nach und nach. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Aber jetzt kommt auch Nahrung langsam rein. Obwohl wir immer noch halbe Ration haben. Das Volk huldigt euch, Sire. Äh, Blutleit? Ich könnte theoretisch aber... Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Auf minus 8 gehen. Das Volk huldigt euch, Sire. Ja, tatsächlich, ja. Was wünscht ihr? Ein guter Marsch. Na komm. Ein guter Marsch. Wir gehen mal hier hin. Und los. Sire. Ich würde noch mal ein paar Feuerballisten holen wollen. Ja. Wir haben gefühlt hier keine Chance. Keine Chance, Dude. Ich lasse ihn noch bisschen sabbeln. Oder beziehungsweise die Prinzessin Schaleen. Und will mal schauen, was er so schönes macht. Warum... Warum... Ja, Außenwirtschaft zerstören. Ja, genau. Ach doch, das Ding hier kaputt. Die Baumeistergüter. Oh. Ich brenne sie jetzt in Schaleen. Brennt sich selbst gefühlt an. Und die Eingeweide. Und die Eingeweide. Zerschmetterte Knochen und quellende Gehirnmassen. Aufgeschlitzte Bäuche. Verkohltes Fleisch. Unser Werkzeug... Okay. Äh, ich bin doch rot. Warum... ...hat da jemand... ...ne Prinzessin Schaleen, die rot ist... ...nochmal mit mir geredet, gefühlt? Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Das war mir gerade ein bisschen zu hoch. Katapult wird bewegt. Katapult wird bewegt. Katapult wird bewegt. Ja, egal. Die kann man auch mal hier hinten tun. Balliste, bereit, Milo. Eure Befehle? Bereits, eure Lordschaft. Schultert die Waffen. Zur Stelle. Achtung! Was wünscht ihr? Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt gehen soll. Ah, ich könnte theoretisch nochmal ein bisschen was kaufen. Ein Stein. Weil jetzt ist es wichtig, genug Steine zu haben. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Gold. So. Katapult bereit, Milo. Bin zur Stelle. Und los. Katapult bereit, Milo. Balliste. Wir werden überfallen. Katapult bereit, Milo. So gut wie erledigt. Eine Botschaft, Herr. Hey, lasst meine Burg in Ruhe. In Ordnung. Katapult bereit, Milor. Balliste, bericht. Wachs nicht. Katapult bereit, Milor. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Die Verteidigung ist wirklich massiv. Wenn man nicht genügend Katapult hat, ist das wirklich massiv, was der da hat. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Katapult wird bewegt. Mein Bogen ist euer. Balliste, bereit. Waffen geschultert. Balliste, bereit, Milor. Eine Botschaft, Herr. Das ist eine große Armee, die ihr da vor meinem Tor stehen habt, Milor. Ich hoffe, sie weiß, wie man kämpft. Naja, ich weiß, wie man kämpft. Der Vorlage maglich wie ein kalten Haus. So gut wie erledigt. Der Vorlage. Okay, das ist auch komplett fertig. Und wir haben jetzt keine Steine mehr. So gut wie erledigt. Okay. Wir finishen das Ganze mal. Live. Putin einfach mal das aufweicht. Das kann hier. Wohl, schand ich. Lasst mich in Ruhe, mein Lord. Ihr klagt nicht sehr. Gib mir eine Schaufel. Er gibt mir mal eine Schaufel. Balliste, bereit, Milor. Bin zur Stelle. Zur Stelle. Schultert die Waffen. Wir werden überfallen. Auf dem Weg. Hier hoch und jetzt hier hoch? Nee. Aber gern. Dann mache ich den mal platt. Weil... Beziehungsweise wir machen die Prinzessin Charlene platt. Vorwärts, Pekiniere. Und ja, wir beenden das Ganze mal. Spieltammer wieder runter und schrauben auf 40 für die nächste Mission. Wie gehabt. Nächstes Mal. Puh. Die Mission war gar nicht mal so einfach. Eine kleine Herausforderung, muss ich sagen, war es. Mein Meister, gratuliert euch zu eurem Triumph. Aber sobald man mit Markt spielt, ist das dann wiederum keine so wirkliche große Herausforderung. Gute Idee, dass man keine Bogenschützen und Ambruchsschützen bauen kann. Also hier Bögenmacher oder Bögenmacher bauen kann. Somit muss man sie kaufen. Ähm... Ist schon eine Herausforderung. Revanche am Schlangenstrom. Und da haben wir auch wieder das Problem, was ich eigentlich hatte. Ähm... Oder gesagt habe, dass diese Mission nochmal kommt. Diesmal sind es drei Handelsimperatoren. Und hier waren es zwei. Und alleine schon die zwei haben mich richtig genervt. Wir haben damals mit 2000 Startgold angefangen. Die Gegner auch. Jetzt ist es aber so, in dieser Mission, Revanche am Schlangenstrom, dass sie mit 4000 anfangen. Und mir mit 2000 wieder. Sprich, wir müssen mit Markt spielen wahrscheinlich. Und uns Holz kaufen. Wir müssen uns Holz kaufen. Was anderes bleibt uns wahrscheinlich nicht übrig. Bier. Genauso. Dass ich Bier mir hole. Aber alles andere. Nahrungsmäßig. Witz. Wirklich richtig, richtig eklig. Ähm... Hier bin ich mir auch sehr unsicher, ob ich wieder Tömer hinbauen sollte. Oder auch eher weniger. Ähm... Ich denke, eher weniger. Wir haben wieder gefühlt keinen Platz. Wir hatten ja schon die eine Mission gefehlt hier. Und gefühlt, wie schon sagt, wird es schwierig. Irgendwann geht unser... Holz... Alle. Sobald ich aber dann den Ersten besiegt habe und wir sind weiter vorgerückt. Dann läuft es. Dann läuft es richtig. Sobald wir unsere Verteidigung weiter nach vorne getrieben haben. Dann ja. Aber sonst so wird das nichts. Der Handelsimperator wird uns richtig, richtig derbe drücken. Und vielleicht muss ich auch wieder hier Steine holen. Der Steinbruch ist hier auf der kleinen Insel. Und ich weiß nicht, ob seine Burg bis hier hinten geht und er meinen Steinbruch kaputt machen kann. Oder ob die permanent mit Streitkolbenkämpfer kommen und dann meine... Ja... Mein Gestein kaputt machen. Mal schauen, wie ich das mache am besten. Naja. Werdet... Ja, oder... Wir werden es sehen. Vielleicht werde ich hier drei... Oder auch wieder hier vier Parts brauchen bei der Mission. Wer weiß. Wir werden es aber... In der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Mission sehen, wie viele... Folgen ist das für Brauch, ja. Bis dahin würde ich sagen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.